Hallo zusammen, da ist das andere, da hat das andere startet und heute willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich noch vorgekommen, dass man das Video macht über, ja, das hier bestimmt einen Tag mein Leben. Viel Spass beim Video! Willkommen zu einer ersten Entscheidung, da haben wir zum ersten Mal den Rost. Und heute müssen wir entscheiden, wie viel Rost sich nehmen darf. Ich mache von 1 bis 2. Sagen wir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 5. Die Antwort lautet 1. Was heisst, ich darf jetzt nur einen Toast nehmen? Nein, der wird jetzt behungern bis ich runter bin. Ja, Rabe, egal. Ich habe mir jetzt hier mein einziges Toastbrot bestrichen mit dem richtig feinen Bounty. Ich habe da noch richtig geile Schokolade und richtig geilen Orangensaft auf dem Grill. Ja, das sind noch meine Eltern, die habe ich nicht filmen. Ja, und ich will es jetzt mir das gönnen. So, wir kommen zur neuen Entscheidung. Meine Mutter hier hat gerade gesagt, wer will abwäschern. Nein, natürlich nein. Da hat sie gesagt, Kinder können abwäschern. Das ist eine neue Entscheidung. Eins ist für abwäschert. Zwei ist für nicht abwäschert. Ich habe jetzt halt zwischen 1 und 2. Die Antwort lautet 1. Was war das mit 1? Abwäschern. Zwei ist heute gegen mich. So, das habe ich jetzt alles zum Abwäschern. Der Scheiss kackt alles. Dafür muss ich jetzt abzeichnen. Ich kann nicht mit Urbanen tun. So, jetzt bin ich da. Oh, scheiss, passt halt. Jetzt darfst du halt abspielen. Abspielen ist er schon. Du musst nur abwäschern. Jetzt sind viele Sachen drin. Boah. Ich kann nicht so sehen. So, das ist jetzt mein letztes Mal. Ich kann es filmen. Ist richtig schwer. Und dann muss man putzen. Okay, das ist gut. Ja, ist gut. Oh, da kommen wir noch. Oh, da ist auch schon viel drin. Ja, das war alles. Also, was ich damit machen muss, was ich nicht gesagt habe. Endlich mal fertig. Und tschau. So, das ist Baddose Nummer 1. Das ist Baddose Nummer 2. Und jetzt fragen wir den Siri. Sagen wir eine zufällige Zahl zu tun. Sagen wir eine zufällige Zahl zu tun. Das ist zwischen 1 und 2. Das ist 1? Also, es ist die Idee Nummer 1. Also muss ich... Gott sei Dank! Gott sei Dank ist es nicht die geworden. Das wäre auch ein bisschen anders weed geworden. Das muss ich ja nicht. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Strand, wo richtig nice ist. Rechte für fresh, ja. Und... Ich denke da... Fresh South Fit. Kappa. Ja... Also... So, da vorne ist schon das Meer. Ich habe mich schon diesen scheiss Kürbaks tragen. Mit meiner... Montesschule. Big Mac Band ihn direkt für 2 Wochen, Digga. Spass. Da vorne ist schon das Meer. Wir sind von der Kuh gekommen. Es sind etwa 50 Meter entfernt von mir. Da bin ich gerade am Wohnen. Scheisse. Es wackelt so heftig. Aber... Das ist vielleicht... Urheuer Schmerzen an meinen Füssen. Awww... So, äh... Ich bin jetzt da in... Der Sand ist so heiss. Scheisse, ich bin am Strand nahe gekommen. Und... Ich war schon im Basse wie ihr gesehen. Dahinten ist das Meer. Das Mittelmeer. Das ist ein bisschen fresh. Für fresh. Und... Ja, also... Für die nächste Aufgabe... Ich bin jetzt hier im Meer mit einem Handy. Scheisse. Ich bin ja komplett in mir. Ich versuche jetzt mal... Mein Handy ist ja ins Wasser. Das ist so geil. Und... Jetzt gehen wir da runter. Ui... 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 Spass. Nein, gehen wir nicht rein. Geil. Schau, dass das Handy in der Kamera geht. Und... Nils schaue mich gerade so an. Aber scheisse drauf. Sie gehen jetzt da gerade einen Cocktail trinken. Aber weiss nicht, ob ich gerade gechallenged machen will. Nein, machen wir nicht. Also... Was... Was ist das jetzt gewesen? Vom Minz? Vom Meer? Jetzt haue ich so wie im Vibes aus. Schaut euch mal die schöne... Schönen Strand. Es ist einfach fast keine Leute. Weil alle hier am Siesta machen sind. Es gibt die Leute, die sich fragen, wo ich gerade bin. Und es ist mega gefährlich, das Wasser jetzt. Es hat so viele Quallen. Und dann... Ich habe gestern hier schon einige gestochen. Aber... Vielleicht sieht man es nicht. Das nicht. Aber da... Das... Das... Hier sieht man vielleicht noch. Ja. Man sieht immer wieder auch... die Quallen. So, ich bin jetzt so am Vibes. Wie man das sieht. Ja, schön. Da ich so Hunger habe, habe ich jetzt beschlossen, meinen Unterschnitt zu essen. Und meine Mutter gewacht hat. Ich finde sie nicht. Also... Ich habe gedacht, von 1 bis 5. Wie am Morgen. Sagen wir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 5. Das wäre 4. Ja! Sir ist an meiner Seite. Ich habe 4 Millionen zu essen. Ehre! Komm, es geht raus. Ich gönne mir jetzt die mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir gerade bei einem komischen Frage stehen hier. Meine Frage ist jetzt für Siri. Ja. Dann sind wir erst in der Nachricht gefragt, ob ich ein Haar darf. Meine Zauberge zahlt zwischen 1 oder 2. Ja man, ich darf ein Haar! Richtig geil! Ich hätte richtig Bock, ja mein Haar ist richtig scheiße, ich hätte richtig Bock. Ich esse ein Kokosnuss Ding als Kokosnussklasse. Der macht jetzt da gerade dies für Räder ins Gasse. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Ich habe es mit Kokosus genommen, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist nicht geiler, Siri hat es gut gemeint bei mir. Gehen wir jetzt das Ding!